Mein Name ist Peter Parker und ich möchte gerne einen Kaffee, bitte. Oh mein Gott, ich bin tot. Wie machst du das? Ich habe keine Ahnung. Die ganze Welt wird vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Also wird meine Freundin alles vergessen, was wir für uns gemacht haben? Auf uns Zauber rumzupacken. Du willst Spielchen spielen? Was geht hier vor? Die kommen jetzt langsam alle durch und ich kann sie nicht stoppen. Wir müssen doch irgendwas tun können. Die sind alle deine Dinge. Er hat angefangen, einfach jeden, der Peter Parker Spider-Man kennt, aus jedem Universum in dieses zu ziehen. Das Multiversum gibt es wirklich. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Parker. Hey Welt, wenn du zusiehst, wünsch mir Glück. Dein freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft kann es brauchen. Im großen Kalkül des Multiversums ist ihr Opfer unendlich viel mehr von Bedeutung als ihr Leben. Peter! Tut mir leid, Kleiner. Wenn sie sterben, sterben sie. Sir, ich weiß, ich habe das verbockt und ich schwöre, ich bringe es in Ordnung, aber ich werde etwas Hilfe brauchen. An die Arbeit. Sir. Was denn noch? Nichts? Ich kann sterben mit mir! Box! Gib mir die Box. Nein! Ich werde es tun. Strange! Können wir bitte darüber reden? Parker! Verstehst du denn nicht, dass es im Multiversum eine Anzahl von Personen gibt, die wissen, wie der Parker Spider-Man ist? Dann kommen die alle her! Ich wünschte nur, wir könnten ihn sehen. Wir können sie nicht zum Sterben nach Hause schicken. Sir. Ich muss es versuchen. Fahrzeit Nummer 1! Ich habe dir gesagt, ich will das nie wieder machen! Ich will das nie wieder machen! Warte, woher kennst du das? Unkel Ben hat das gesagt.